Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Quick Tutorial, in dem ich euch heute eine automatische Fischfarm vorstellen möchte, mit der ihr schnell und simpel große Mengen an nützlichen Items farmen könnt. Bei der letzten Version hatten einige von euch Probleme mit dem Multiplayer und genau deshalb habe ich jetzt hier ein Design von meinem Zuschauer geschickt bekommen, welches im Survival-Modus sowohl im Singleplayer als auch auf einem Server funktioniert. Ich habe das Ganze jetzt mehrere Stunden getestet und im Hintergrund seht ihr gerade, wie das Ganze im Zeitraffer aussieht. Im nun folgenden Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man diese Fischform baut und vor allem, was man damit farmen kann. Nun könnt ihr hier einmal unten in meinem Inventar sehen, welche Materialien ihr zum Bau dieser Fischfarm benötigt und hier oben seht ihr einmal die Ergebnisse an Büchern, verzauberten Angeln und Co., die ich innerhalb von einer Stunde erhalten habe. Los geht's mit dem Tutorial. Zuallererst setzen wir eine Kiste, lassen nun in diese mit Shift-Klick einen Hopper reinzeigen. Nun setzen wir vor die Kiste und auf die Kiste jeweils einen Half-Slap, wo wir nachher drauf stehen werden. Nun kommt hier vorne ein temporärer Block hin. Wir gehen nun auf beiden Seiten einen Block nach oben, einen Block nach außen, entfernen die drei innenliegenden Blöcke und spannen nun einmal zwischen diesen oberliegenden Blöcken eine Tripwire-Hook entlang. Das Signal hiervon nehmen wir hier vorne einmal mit Redstone raus, bepowern damit nun die Tür, welche wir platzieren. Dazu setzen wir unter den Hopper drei Blöcke, nehmen nun die Tür, setzen diese von vorne ausgesehen hier hin, sodass sie geschlossen ist und wenn wir jetzt die Tripwire-Hook berühren, sollte sich diese automatisch öffnen. Damit die Farm nun funktionieren kann, müssen wir einen Block nehmen, der mit Rechtsklick auswählbar ist. In diesem Fall ist das der Notblock und um die Farm nun richtig betreiben zu können, setzen wir einmal über den Notblock und über die Tür jeweils einen Block. Zu guter Letzt fehlt uns nur noch das Wasser und die Farm ist nun einsatzbereit. Um die Farm nun unendlich lange automatisch nutzen zu können, brauchen wir einmal eine Fishing Rod, welche mit Mending verzaubert ist. Solltest du diese noch nicht zu Beginn beim Bau dieser Farm haben, benutze einfach eine normale Angel und nach kurzer Zeit solltest du automatisch eine Fishing Rod mit Mending erhalten. Zusätzlich dazu könnt ihr noch Luck of the Sea und Lure auf die Angel zusätzlich bringen, dies steigert auch nochmal die Effizienz. Wenn wir diese nun im AFK-Modus automatisch nutzen wollen, zielen wir hier vorne auf die Tür, halten dabei die rechte Maustaste gedrückt und nun beginnt die Farm automatisch zu farmen. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir nun das Ganze automatisieren. Dazu drücken wir einmal die Escape-Taste, gehen in die Controls rein, wählen uns hier einmal unsere rechte Maustaste aus. Ich lege diese zum Beispiel jetzt auf die Null meiner Tastatur, belege diese Null jetzt mit ein paar Geldmünzen, sodass die automatisch hier weiter angelt. Nun kannst du zum Essen gehen und die Farm wird euch so innerhalb von kürzester Zeit eine Vielzahl an nützlichen Items besorgen. Wenn dir das Tutorial gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Unten in der Videobeschreibung findest du eine Playlist mit vielen weiteren interessanten Tutorials. Ich bedanke mich nochmal bei dem Zuschauer, der mir diesen Vorschlag hierfür gemacht hat. Schreibt bitte in die Kommentare, ob diese Farm bei euch im Multiplayer und Singleplayer funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Fischen.